Ärgern Sie sich nicht mehr über ungebetene Gäste in Ihrem Garten. Mit diesem Gerät verhindern Sie zuverlässig, dass streunende Hunde auf ihrem Grundstück ihr Geschäft erledigen oder Nachbars Katze die Fische in ihrem Gartenteich bedroht. Ein Ultraschallton, den das menschliche Gehör nicht wahrnimmt, vertreibt die Eindringlinge. Dazu müssen Sie den Hunde- und Katzenschreck einfach nur an geeigneter Stelle aufstellen. Sobald der passive Infrarotsensor eine Bewegung registriert, löst er den Ultraschallalarm aus. . .